Servus Franz, das sind echte Havannas, ein Trafikant, verkauft Genuss und Lust. Das ist übrigens der Professor Sigmund Freud, von dem hast du sicher schon gehört. Darf ich Sie ein Stück begleiten? Hast du nichts Besseres zu tun? Du bist jung. Such dir ein Mädchen. Ein Mädchen? Wenn das so einfach wäre. Brauchst du einen Rat? Über die Nationalzeitung. Die gibt's ja nicht.